So, hallo und herzlich willkommen zurück zu der Persona 5. Im letzten Mal haben wir ein bisschen was mit Futaba unternommen und ansonsten, naja, konfidant gedünst gemacht. Und in diesem Part, keine Ahnung, unsere Ferien gehen so langsam vorbei, also geht die Schule wohl nächste Woche wieder los. Und bis dahin haben wir wahrscheinlich mal nichts zu tun, denke ich mal, weiß ich nicht. Naja, wie auch immer, gute Nacht. So, what now? Oh. Ist das so? Wird bald was interessantes passieren? Ach, naja, keine Ahnung. Jedenfalls können wir uns mal etwas auflassen und nehmen das natürlich immer gut. Weil, ich hab meistens alles voll damit. Es ist Zeit, Inmate. Return to your world. Warned? Oh, ein Uniform. School resumes today. Ach echt. Am Donnerstag. Oh, ja, ja, gut, dann. Never mind. Nicht nächste Woche. School resumes today, ja, ja, genau. Make sure you study hard. Futaba says she's going to shift to living a morning person's life. A healthy mission starts with a healthy lifestyle. Dann solltest du gerade sitzen. Ah, ich meine halt nur. And on to breaking news. In regard to the so-called phantom thieves events that have been a hot topic among the general public. The Prime Minister held a press conference at his official residence to address the problem. The government acknowledges the current rumors of the group called the Phantom Thieves. We are currently confirming facts with the police and wish to deal with it in an appropriate... Even the Prime Minister's talking about the Phantom Thieves? They're allies of justice, after all. They change hearts, huh? I wonder if it's true. Hmm. Looks like we're finally being recognized across the country. You think so? In all honesty, I think you guys are managing great. It's all thanks to my amazing guidance. Let's find clues on that case as soon as we can too. And resolve it ourselves. For Futaba's sake too. You two really get along, don't you? You're gonna be late if you don't get going soon. Good luck on your student duties. Oh, it's all over. I can't believe that school is starting up again. Not like I did anything during summer break. I just stayed in and played online games. Yeah, yeah, so like my holidays will probably be. The Phantom Thieves are great. Nothing you could have done this summer would have topped the Phantom Thieves. Hacking Magidbag and all the other stuff, it was totally nuts. Everyone online was waiting for the deadline to hit. People sure do love the Phantom Thieves. Speaking of, have you checked out the fansite recently? They added a bunch of new stuff, including the option to rank people to get a change of heart. Is that so? Ob das so eine sinnvolle Idee ist? Ich weiß es nicht, aber vielleicht, vielleicht noch nicht. Michi me ist ja in letzter Zeit sowieso ein bisschen komisch. Ich denke das jedes Jahr, aber ist nicht die Sommer-Vacation zu kurz? Total. Es ist wie, es endet immer, wenn du ein Leben ohne Schule wirst. Und dann wieder, ich glaube, wir hatten ein paar lustige Dinge dieses Jahr. Oh ja, das ist richtig. Warte mal, war das jetzt der ganze Unterricht? All people are talking about in my class is the Phantom Thieves. Ist es das gleiche für dich? Habt ihr darüber, dass es so populär ist? Anyways, jetzt, dass ein neues Semester startet, wir haben einen anderen Operation-Meeting. Okay, dann, warum? Aber, ja, ja, natürlich. Trotzdem bin ich verwirrt, warum der Unterricht so kurz war. War das wirklich der ganze Unterricht? Das hab ich mir so verwirrt, weil sie hat gemeint, ja, wir fangen jetzt an. Dann haben wir geredet, und dann, ja, das war's. Naja, keine Ahnung. Wie auch immer, wollen wir uns jetzt treffen, oder was passiert? Ja, anscheinend. Warum jetzt hier wieder? Ach, keine Ahnung. There you guys are. Butaba, did you come here by yourself? I went together, since I got out of school early. What a patronizing Inari. Well, then, let's get talking. What do we do now? Should we go after another big target? That's important, too, but what about that villain in the cognitive world? It's almost certain that this person exists. What's more, they're inducing mental shutdowns. We certainly can't turn a blind eye. Yeah, but we don't got any clues. But, you know how we're toads popular right now? Everyone at school's talking about us, and not a day goes by when you don't hear about it on TV, either. We totally made it big, don't you think? True. The rankings on the Phantom Aficionado website have been crazy, too. You mean this? Huh? What the hell? First place keeps changing by the second. People are voting around the clock, after all. If we go after these guys, I'm sure we'll score some big cash at least once. What would you use money like that for? Um... I'll put it in savings. I've never heard of a Phantom Thief that saves up money. Are you kind of without talking? Even though it's related to what happened to your mother. It's not okay. I'm definitely gonna punch that guy. The culprit forcing mental shutdowns. If you think about it, there's no bigger target than that. If we can change his heart and get a confession out of him, who'd be on top of the world for real? Should we reveal our identities then? Oh, I bet chicks are gonna be all over us. Woah, woah, woah. You want us to show our faces? I guess that might be okay. I guess not. If the true culprit confesses, the existence of the Metaverse will become known, there would be no need for us to remain in hiding in such a questionable manner. Doch, weil es immer noch illegal ist. We're not doing this, to stand out, you know. Being unknown is the allure of being a Phantom Thief. But considering the hype now, it's gonna be one hell of a huge deal if we pull it off. Are there really no clues regarding those mental shutdown cases? If I remember right, wasn't the older Nijima sister investigating it? Yes. I can pry and ask about it. But she'll just tell me to mind my own business and get angry with me. If you can't ask her, wanna just extract that data? Does she have a personal laptop or something? Don't tell me. I can lend you a storage device with my special gimmick on it. Just stick this baby in and it'll clone the internal hard drive. It'll even bypass the OS password. You'll have to plug it directly into her laptop, though. Can you do it? Sis does bring her laptop home sometimes. But I'm not comfortable going that far. Ooh, is Futaba gonna do something amazing again? Are you scared of seeing how your sister truly feels? No! Of course not. Fine, I'll do it. What? I was in a tabloid magazine? But I gave a gag order in regard to Mr. Kamoshida's case. Please, wait! Please, give me some time! I will find evidence on the Phantom Thieves for sure. I couldn't have made it this far, had it not been for your assistance, sir. So, please, please, let me... No! 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 Yeah, scheint so, als wäre es mit dem Prinzip so langsam mal vorbei. Zumindest beruflich, denke ich mal. Naja. Wobei, so wie die drauf sind, vielleicht auch mehr als beruflich, aber heißt das schon. It's almost over already, huh? Went by all too fast. Still another six months ahead of you. Keep yourself in check, got it? Yep, das wäre dann jetzt ungefähr die Hälfte des Spiels. Also des Jahres und damit des Spiels und somit... Ja, auch in Dungeons. Ich denke mal, es ist acht Dungeons gibt mittlerweile. Von daher... Ja, genau. Diese Ranking sind insane. Yes, if you look away for even a single moment, the order changes completely. It's hard to decide, who to actually go after. They are flooding in. We can choose anyone we want. We should wait for it now, though. It will surely cool off soon. More importantly, how are things on your end, Makoto? Sis isn't home yet. She may not come back at all tonight. Man, just think how great it'd be to narrow down her targets. That's true, but... Aren't you guys taking this too lightly? All the pressure here rests on me. That's not true. To be clear, we'll all be in major trouble if I fail, yes? Don't worry, we all know you can handle this, Makoto. I suppose I'll do it. Let's leave this to Makoto. I'm sure she'll be able to pull it off. Denke ich auch. Sie ist ja kompetent im Gegensatz zu einigen anderen von uns. So, Jiro wird eigentlich erhöht, geht aber momentan nicht. Shihaya würde erhöht werden. Gibt's hier noch was? Nö. Gut. Wie spät ist es eigentlich? Schon Abend, okay. Ja, dann würde ich sagen... Nein. Nein. Ich gehe zu der komischen Hellseherin. Da oben irgendwo. Genau. Ich meine, ja. Wir haben jetzt, denke ich, mal noch bis zum... Ja, bis zum Ende der Woche doch Zeit noch für random Gdöns, wie ich es ja gedacht habe. Und dann nächste Woche geht's auf den Ausflug. So. Hi. Ich weiß, ich lese den Text wieder nicht, aber... Ist ja meistens eh nicht so wichtig, von daher, was soll's. Hm. 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 I'm a shaft-shifter. Good evening. Good evening. This is your first time coming to my stand, yes? Yeah, um... A colleague of mine recommended you. He said you can help fix my problems. Is that right? Yes. Of course, Fades. Absolute. So, um... The thing is, I'm engaged to be married. Next spring, I'll be tying the knot with a friend I've had since all the way back in preschool. That's wonderful, congratulations! So, what's wearing you? Is it the date of the ceremony? Or perhaps the location of your honeymoon? Um... No, it's not like that. The problem is, I'm not entirely sure we'll be able to get married. The truth is, the president of one of our major business partners has offered me her daughter's hand. What? Ah, so this is what it means to be weighed down by societal obligations. Do, um... Do you think it would be bad if I could decline the president's offer? Haha. Ah... Please relax. The divine power will bring us your answer. Yes, I've seen everything. Is this? My... It seems you will face financial ruin if you decline. No, does this mean breaking off my engagement is the only option? Um... Rahsaan, this may be a good time to demonstrate your powers. This man is bound by the feathers of societal obligations. How should we... How should he move forward? Ah, this is... Beides scheiße, ne? Ganz ehrlich. Aber ich würde definitiv trotzdem nicht nach dem Geld gehen, aber... Ob das halt die bessere Wahl ist? Naja... Ich meine, moralisch gesehen schon! Für sein weiteres Leben gesehen... Wahrscheinlich auch, aber... Auch nur wahrscheinlich. Weil sein Leben halt, abseits der Ehe, wahrscheinlich für'n Arsch sein wird. Ja. Egal. Ich würde mich trotzdem wählen. Ich würde nur lieber... Naja... Seinen Chef zusammenschlagen, einfach. Ich weiß damit. So, I guess anyone could have come up with that answer. Incidentally, what you... What you say to make him choose his childhood friend? Um... She'll be sad if you break it off. Wow. I expect her, he already knows that. Please reconsider your answer. Yeah, okay. 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 Also, das war richtig, oh? Wait, you really think someone else would try to get after her? Ja, wahrscheinlich. Huh, I guess you guys would line up today with such an amazing girl. Well, I'm not going to let it happen. The only one who can make her happy is me. I was a fool for hesitating, even for a moment. Ah, I'm going to marry her. Thank you so much. It's happened again. So, you have altered Fate once more. His fortune now states, you will be quite successful. He had questioned your powers. I had questioned your powers. But this is the third time. I have no choice. I must accept that fate can, in fact, be changed. You've proven that to me. And it's a sign of thanks for showing me the truth. I'll provide a special fortune service for you from now on. Juhu! Also ist unser Rang natürlich aufgestiegen. War ja auch nicht anders zu warten. Aber, was können wir jetzt tun, huh? Temporarily increases money earned from battle. Uh. Auch sehr schön. Alright. Sollte ich halt dann immer benutzen, bevor wir ins Dungeon gehen. You know, I never thought it was possible to change destiny. Are you, perhaps, a psychic? Uh. No, I'm not. Sorry. I see. I wish there was a way I could meet one. But for now, that wish only reminds me of my inability to change my own fate. I will forever be a monster. Ja, du verkaufst Salz an unschuldige Menschen. Meiz. Es got... Ja, genau. I should start packing up for today. I'll see you next time around. Und... Ja. Farewell. Ja, ich... Ich weiß nicht. Vielleicht meint sie ja wirklich, dass die Leute betrübt. Weil das tut sie ja. Mit Salz. Warum tut sie das? Ich meine, sie kann ja wirklich hellsehen anscheinend. Aber... Trotzdem verkauft sie Salz. Naja, keine Ahnung. Good morning. Huh? Did you get a tan? You seem different. Oh, yes. Thank you for the coffee last time. It's a lovely cafe. I haven't relaxed that much in a while. You should come again. Thank you. That's nice of you to say. Especially lately since it seems I'm hated by those who support the Phantom Thieves. Anyhow, it seems your school's in trouble. The media is reporting that the whole school was involved in the cover-up about that gym teacher. Those unfortunate students were made victims all because adults valued their own conveniences. This is unforgivable. No matter the reason. Let me know if you need anything. I'll do my best so that the case is wrapped up quickly. Aha. Also, denke ich mal, dass die bösen Anzug-Männer, ja, wohl darüber geredet haben. Das, was auch die anderen Lehrer schon wussten und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Weil das war bisher nicht öffentlich bekannt, sage ich mal. Did you see that ad in the train? Uh, what ad? The media is gonna come to our school. At least we'll be a little interested in it. Cover up by faculty and principal of Shujin Academy, where the Phantom Thieves first appeared. It's been a huge deal already. I wonder what's gonna happen to the principal now. Anyways, we made the right choice going after big targets. Everywhere I go, people are talking about us. Woah! Oh, I'm sorry. Oh, no, I'm fine. That girl just now, don't you think she was fine? The Phantom Thieves are on fire right now. So I wonder if I got a chance, if I asked her out. It sucks that I can't just say I'm actually a Phantom Thief to anybody. Did you do it too, Teach? The whole cover-up thing? This is the first time I'm hearing about it too. Even if the police ask you anything, you better not make irresponsible comments to them. Seriously? Why does this keep happening? All my relatives are gonna call me again. Oh, perfect timing. I think you might have been told this already, but it's about the school trip. You know how the police have been coming to the school again because of that incident? So, a number of the senior faculty are going to be called in for questioning. And that day just happens to overlap with the school trip. Yes, I've been told so. Now this came up at the faculty meeting, but the plan is to have third years to act as our proxies. I'm so sorry to drop this on you, Nijima-san, but we'll be counting on you. What? You know, a lot of the second years this year happen to be...unique. You must have your hands full with the entrance exams, but I'm sure you'll be fine with your grades. Don't worry, there'll be a couple more people going besides you. If that's the case, very well. Really? Oh, thank goodness. I'll go ahead and pass this news on then. I guess that works out. I'll go ahead and pass this one. I'll go ahead and pass this one. I'll go ahead and pass this one. You guys see? I actually showed up in the rankings. Perhaps it's due to the negative comments you made about us. It seems that way. Oh my God, this is freaking amazing. It's alright. Naja, would I just out of his opinion not to say. Out of my opinion as a player, yes, but not out of his opinion. Who cares? Oh, someone's all cool and uninterested. By the way, how's it going, Makoto? You get into your sister's data yet? I think she's been busy. She didn't come home at all yesterday. That's problematic. What are we gonna do? We can't do a damn thing till we get that. Hey, wer's mit warten? Don't rush me, I assure you I can handle this. More importantly, everyone at school has been on the edge since that tabloid article. Please be careful not to stand out, okay? You ain't gonna tell me twice. Well then. And people say, the person might show up? So let's keep our profile as usual. Okay, okay, okay. Wir kriegen uns auf dem Boden herum, weißt du? Meinetwegen. Warum gehe ich zur Tür raus? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was ich tun will. Ich weiß echt nicht, was ich tun will. Also finde ich heraus, was ich tun will mal eben. Mhm. Futaba. Wahrscheinlich fällt meine Wahl wohl auf Futaba, würde ich mal so sagen. Joa, scheint so. Ich denke mal, du bist zuhause einfach. Ich weiß nicht, ich denke mal schon. Wir werden sie gleich herausfinden, ob sie hier rumsitzen oder nicht. Ich meine, ich könnte so'n... Warte, du bist hier draußen. Hi. Ja, so'n Bettenpässe oder so könnte man ja noch gebrauchen, theoretisch. Yo, Toasty! Oh, alright. Ähm, well. Worüber, was passiert in Akihabara? Ich habe wirklich verletzt. Kindness was selfless. Ah. Mhm. Mhm. Ich versteh schon. Ähm. Mhm. Nein, ich möchte da echt nur reingehen. Ich möchte eigentlich echt nur reingehen. Ich darf nicht reingehen, ne? Nein? Okay. Ähm. Wie kann ich denn auf die Stelle meine Nettigkeit erhöhen? Das ist halt die Frage. Ich könnte meine Pflanze gießen, aber das kann ich jetzt halt nicht machen, weil das wollte ich eigentlich gerade machen. Aber nein, dafür muss ich reingehen. Dann wird Zeit geskippt und bliblablub. Also. Welche Alternativen habe ich, ist die Frage. Keine Confidon-technischen, würde ich mal sagen. Und eigentlich ist heute Donnerstag und abends. Obwohl, die Blumen kann man ja nebenbei gießen, ne? Jaja. Trotzdem ist es scheiße gerade. Hm. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben jetzt ein neues kleines Städtchen zu erkunden. Akihabara, wo wir mit Futaba waren. Und das heißt, wir können uns hier ein bisschen umgucken eigentlich mal, ne? Gibt es hier irgendwas zu kaufen? Ach, hier vielleicht, ne? Ja. Verkaufst du mir irgendwas? Hi. Ah. Oh. Die sind ein bisschen teuer gerade. Ich will dir nichts sagen, aber danke. Jedenfalls anscheinend Geschenke für irgendjemanden. Achso. Hier sind kleine Automaten. Okay. Machen wir mal. Was kriech'n der Ohr draus? Ich werd' ja gleich sehen. Nicht wahr? Ja. Der Capsule kam aus. Es ist... Deck der Carabia. Es ist ungekommen. Es ist nicht ein großer Wunsch, aber es ist keine große Loss. Ich hab' keine Ahnung. Okay, ich hab' keine Ahnung, was wir machen. Aber wir machen jetzt irgendwas, ja? Gut. Was gibt's hier? Oh. Mhm. Merk' ich mir. Ist wichtig, ja? Ist wichtig. Ah. Mhm. Gut. Hier gibt's interessante Läden. Auf jeden Fall. Ich guck' mir das alles noch an. Ja, ich mach' nur ganz kurz ne Runde. So, da geh' ich... Jetzt mach' ich dir wahrscheinlich auch nur Geschenke, denk' mal. Oder? Ich könnte dir den Charme für einen Challenger... Uh. Uh. Was? Äh. Was? Das ist sick. Kauf' ich. Kauf' ich. Vor allem das Baujahr. Kein'n ist. Dann hab' ich auch direkt ne Möglichkeit und meine Keinnisse erhöhen demnächst mal. So. Was gibt's hier noch? Für nen Shop? Hallo. Ja, okay. Und hier gibt's... Irgendwas und Material und bla. Okay. Ja, gut. Brauch' ich grade nicht. Denk' ich mal. Ansonsten ist hier noch irgendwas... Nö. Da ist nichts. Geben die Automaten hier irgendwas Interessantes? Irgendwas, was irgendwie SP wieder aufhört oder so. Ähm. Hier ist auch einer... Weil SP sind halt gut. Und die Automaten... Die SP-Items verkaufen... Fühlen sich halt auch erst nach einer Zeit immer wieder auf. Deswegen... Sollte man die, denk' ich mal, immer ablaufen. Kann ich doch... Was kaufen? Das sind aber alles dieselben, glaub' ich, ne? Ah, ne. Warte. Da gab's SP-Sachen im Raum. Dadurch aufgegeben habe. So. Ist immer nicht viel, aber... Besser haben als nicht haben, würd' ich sagen, ne? Dafür hab' ich dann nämlich doch noch genug Geld. So. So. Hier gab's noch Geschäfte. Hi. Was verkauft ihr? Hm? Gut. Geschenke. Dachte ich mir fast. Oh, ich aber grade nicht. Und hier hinten. Ah ja, hier ist nur ne Arcade, ne? Das kann ich da auch machen. Okay, ich wollt' auch nicht reingehen eigentlich, aber... Egal. Wer bist du? Du siehst interessant aus. Du hast sogar ein Bild! Das Arcade ist ein Hohle in die Wälde. Nicht zu viele Leute sind hier für Gunabout. Bist du hier, um Gunabout zu spielen? Probierlich nicht. Du siehst, wie du sagst, wie du sagst. Danke. Oh, es ist Gunabout. Was ist das? Ist das hier? Hier sind Waffen. Ein Gangpatroller, schaubt wie ein Gun, ne? Ist es welche, die sich wie eine Pachinko-Maschine... Was? Pachinko-Maschine? Was immer? Keine Ahnung. Kann ich hier irgendwas machen überhaupt? Ist halt die Frage. Ich glaube nämlich gerade nicht. Oder? Oder doch? Ja. Gut, dann tun wir das mal. Kann ich selbst spielen, oder macht's automatisch? Ist halt die Frage. Ich glaub, es ist automatisch, ne? Ja, ich geh davon aus. Ich hoffe mal, das verschwendet keine Zeit, übrigens. Sonst rastet sich gleich ein bisschen aus, ne? Ähm... Achso, das ist da unten versucht zu greifen. Ich war gar nicht verwirrt. Ja, das hat natürlich gut geklappt. Danke. Ach, Geldverschwendung. Ich geh, ich geb's auch, okay? Ich geb's auf, okay? Ich will hier sowieso nix gewinnen gerade. Jedenfalls gibt es das. Merkend für uns das. Falls wir's jemals brauchen, sollt nicht bezweifelt, dass wir's jemals brauchen werden, aber... Nur so für den Fall der Fälle. Und jetzt natürlich das Highlight, die Hauptproduktion dieses Wortes. Oh! Oh, tu, ich habe zu spät nicht. Ich will das hin. Oh! Ich bin das hier. Oh! Oh! Ich bin das, wie du so gemischt! Oh! 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 Oh, oh! Wir wissen, wie wir das jetzt machen? Oh, oh! Oh! Die Atmosphäre in hier ist kind of cute, in a clawing way. Ähm, keine Ahnung. Sagt mir das irgendwas? Maybe too much for a clumsy mate. Ah. Und was sollen wir das jetzt genau sagen? Ich meine, das wird immer teurer und da steht, dass die damit weniger gut klarkommen, aber... Ich bin sehr verwirrt, okay. Welchen Sinn hat das hier, jetzt was zu bestellen? Ich wüsste es wirklich gerne, aber ich kaufe jetzt einfach mal den Love Pancake. Weil ich bin hartvoll, clumsy mate. Love Pancake, korrekt? Wie du wünschst, Master. Man, das ist ziemlich überwählend. All the pink hurts my eyes. Kann ich verstehen. In that case... Here it is. Now we'll top it with some Love Cream. Injected Love? Okay, ich bin schnurig, ja? Thank you for your patience. Thank you for waiting. It's topped with plenty of Love. Please enjoy it while it's still hot. Und schmeckt es gut. Ah, der Chou was unique. Either way, I think you'll learn how to get people to like you. Juhu! Das war schon alles. Ich wusste jetzt echt nicht, was ich hätte wählen sollen und was mehr oder weniger erhöht hätte, aber... Ich bin verwirrt. Thank you very much, Master. It was really fun talking to you. Goodbye, Master. Have an amazing rest of your day, Master. I'll be waiting patiently for your next visit. Ja, ich komme bestimmt irgendwann mal wieder. Aber vorher google ich mal. Welchen Sinn das hat. Also, ich habe schon verstanden welchen Sinn das hat. Das ist der Charme. Aber... Vor allem welchen Sinn diese Auswahlmöglichkeiten hat und so weiter. Weil ich dachte, es gibt mehr Auswahlmöglichkeiten. Das hat mich alles ein bisschen verbiert, okay? What did your principle that happened this year? Your school wasn't the news again. You're some kind of misfortune magnet or something? Just don't bring any bad luck down on me, got it? Natürlich nicht. Ich mach doch alles perfekt wenn es um dich geht oder nicht. Did you get data yet? Nope, my sister still hasn't come home. Man, she's seriously that busy? Probably because of us. So, do you still want to go through with this? Yes, I can do it. Hold on, I have a message. It sounds like she's on her way home. Alright, it's finally time. My heart's pounding. Make sure to be cautious, okay? Be careful. I understand. I'll report back tomorrow. Hey! Oh, I can't wait to see what comes of this. Hey! By the way, you got a notification. Okay, ja, ja. Ich hab's schon mitbekommen, also. Hätte ich schon mitbekommen, danke. Mhm. Du. Inkompetente Stück Scheiße von Mate. Und du. Inkompetente Stück Scheiße von Website Führer. Genau. Gucken wir doch mal nach, was hier so abgeht. Du kannst nicht erhöht werden. Mhm. Mishima. Mishima. Warum bist du da? Naja, egal. Willst du jetzt auch ins Mate Café gehen, oder was? Könnte ich mir bei dir vorstellen. Naja, geben wir doch einfach mal hin. Zu Mishima. Oh, wenn du letztens mein Arschloch warst, vielleicht bist du heute wieder besser drauf. Ich weiß es noch nicht. Hi. Ich hab ihn nicht getroffen. Wow. Komm schon, triff ihn. Danke. Danke. Das ist so großartig. Der Fandom Fieber ist relativ hoch. Der Fan-Sight ist aufgelöst. Also, du hast den Request. Ja, 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 ja. Request ist gut. Ja, ja, ich bin... Ich hab Zeit. So. Alright. Danke. Lass uns zu den Diner, dann. Diner. Du, wir gehen jetzt aber nicht wirklich da hin, oder? Nein, ich dachte schon. Wow. So, du kennst den Arschler, der ich als nächsterbegriffig empfinde? Wahrscheinlich ist er die Idol von diesen Ruhenden. Er wahrscheinlich nicht nur mit ihm leben konnte, nachdem er zu ihr gemacht hat. Seine Reputation war total 180, nachdem er den Marriere annämpft hat. So, die Leute lieben ihn. Aber jetzt, was jeder möchte, ist, wie süß und männlich er ist. Auf jeden Fall. Wir können nicht die Willen des Publikums. Gut, dass wir nicht zu ändern. Wir sollten echt nicht auf die allgemeine Öffentlichkeit hören, um zu wählen, wessen Herz wir nicht zu ändern, weißt du. Ja, aber darum geht's nicht, Mann. Ich lese gerade den Text nicht mal vor, ich weiß, aber... Ich muss gerade einfach darüber reden, was Mishima für ein verdammter Vollidiot geworden ist. Es geht hier um Gerechtigkeit, okay? Chill out, dude. Hm? What do you mean? I'm totally calm. Actually... Oh, by the way, I came up with a new plan of attack. If you really wanna make you guys famous, we need to do more than just answer promising requests. Right now, there are tons of idiots out there doubting you and trying to influence others to do the same. So, we gotta purge them. You really need to chill. Sorry. Sorry about that. Purge is a pretty disturbing word, huh? There's not really any better way to phrase it, though. The truth is, I looked up some of these idiots who were criticizing you and sent them warning messages. You know, something like, if you don't change your weak ways, you'll be our next target. Well, if you know, it's been working wonders. They totally stopped dissing the pee thieves. There are still some people who say they don't believe, but deep down, they're just afraid of you guys. Und du bist ein verdammter Vollidiot. Ich würde dir sehr gerne mit meiner Tasse direkt vor mir steht ins Gesicht schlagen. Okay? Okay. Plus, know that all the haters are gone, people are putting in a bunch more info on the forum. Post after post after post. Please, it's all. Please and help me. This is so much fun. This isn't like you. All I did is find my own way to change people's hearts. I'm above the simple stuff like producing and advertising now. I can change the world. I have the strength to do that now. No, that you don't. If we don't do anything, we won't do anything. Huh? Akiyama-kun. Yo, Mishima. I haven't seen you since graduation. We actually saw each other here not that long ago. Right. Oh, yeah. I guess you're right. Um. Hmm? Akiyama-kun? What? Are you okay? What do you mean? Does it look like I ain't okay? I don't know. You just seem quiet. Shut your mouth, Zero. I don't got time to be listening to you. Zero. He acts like I'm a total nothing, but he still takes time to try and mess with me. I've changed, though. I'm way better than a loser like him. I even heard he's been hanging out with some shady people. They're all scum. I wish we could change their hearts for the good of our society. Oh. Wait, that's it. We can change his heart instead of their actors. Alright, it's silent. Your next target is gonna be Akiyama-kun. And you think that you should choose? Let's see. Where's this info? Speaking of targets. Are you guys gonna come after me someday, too? We... I mean, he's a real earner. We... We... Very well might. You really considering it? Uhm... Haha, good joke, Ra. See you around. Anyway, I'm heading home. I'll send you Akiyama-kuns info later. Hmm... Yeah, vielleicht sollten wir echt mal darüber mit allen reden, weil... In letzter Zeit ist er wirklich ein bisschen... Seltsam. Hat sich der Confidon echt nicht erhöht? Ach so, wir reden jetzt darüber. So, he just wants to get revenge of a guy who makes fun of him. Didn't he give us some other weird requests, too? Something about that handsome actor? Is Mishima-kun trying to take advantage of us? Apparently he has also threatened anyone who dares speak ill of the Phantom Thieves on this forum. Perhaps we should enact a change of heart on Mishima, not this Akiyama fellow. Wait, hold on! Oh, wait up! He ain't that bad! Yup! Hmm, I guess we could find out what's happening if we manage to find his shadow. I mean, he's already worried that we gotta change his heart, right? We'll probably be able to track down his shadow in Mementos. All things considered, I think our best course of action would be to defeat it and change his heart. No way, man! Dude, you've gotta be kidding me! What? We can't have him causing problems for us, though. Either way, we can decide whether or not we change his heart later. But no, we must meet his shadow. Let's go! Yeah, let's head into Mementos. Track down Mishima's shadow. Who are you? Could you be the Phantom Thieves? Haha, so you wanna change my heart, even after everything I've done for you guys? Me, of all people? If you just shut up and listened to what I told you, the Phantom Thieves would get even more famous. And if you did that, I'd get some of that spotlight too. I wouldn't be just some stupid zero anymore. There's finally some hope back in my life, so why? Why are you so insistent on stopping me? You're losers, get out of here. I wanna talk to your leader, alone. I'm sure that's a good idea. Oh yeah. This is all your fault. Before you came along, I knew my role in life. I was supposed to be the guy everyone messed with. I had accepted that. I was a zero. Embraced it even. But once I figured out you were one of the Phantom Thieves, everything changed. You just had to get close to me. Damn it. I mean, seeing a real life hero do all this amazing stuff made me wish I could be something more. I want to change society too. I want the world to notice me. If I can just make the Phantom Thieves famous, maybe I'll end up famous too. Would it really satisfy you? I don't know. I'm not sure, but I don't have any other choice. I don't have any special pals like you guys. Heck, nobody even pays attention to me. In the end, that's why I need you guys. You're the only way I'll be able to make a name for myself. I know it's wrong. But if I can't push my way into the spawn and now, when will I? Anyway, just bring it on already. You're here to fight, aren't you? What? You aren't going to change my heart? Do it yourself. Hey. Come on, let's go. I'm sure you'll learn something, if he's been spending all this time with us amazing heroes, yeah? No. No, I need the Phantom Thieves. I need to be famous. I need to. I... Oh yeah. Ich verstehe ihn schon irgendwie, aber trotzdem ist er ein vollidiot. Agreisch. And. . . . ... .